Glaube empfangen zu haben. Der Glaube formuliert sich in der Vergangenheitsform. Und wir betrachten hierbei Markus Evangelium Kapitel 11, Vers 24. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheitsform. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Gottes Wort benutzt also die Vergangenheitsform, um uns zu beschreiben, wie Glaube funktioniert. Ich lese weiter vor aus Jesaja 53, Vers 4 und folgende. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Vergangenheitsform. Und denken wir dran, es ist eine Prophetie gewesen, bevor Jesus gekommen ist. Bereits die Prophetie wird in der Vergangenheitsform geschrieben, damit wir heute, wenn wir es lesen, nicht in die Gefahr verfallen zu sagen, es wird eines Tages geschehen, sondern dass wir es zitieren, indem, dass es wirklich geschehen ist. Ich sage es noch einmal. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag, Vergangenheitsform, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen, jetzt kommt, ist uns Heilung geworden. Wir haben also eine völlige Erlösung von allem, was durch den Sündenfall in diese Welt hineingekommen ist, durch Jesus Christus. Es ist eine vollbrachte Tatsache. Jesus rief aus am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Und somit ist uns diese Erlösung zugänglich geworden. Zukunftsform ist Hoffnung. Wenn wir erwarten würden, dass wir geheilt werden, dass wir erlöst werden, dass wir Hilfe bekommen. Es ist immer die Erwartung auf etwas, was Gott eines Tages tun würde. Aber hier sehen wir, er hat alles getan. Er rief aus, es ist vollbracht, ein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha und wir berufen uns auf das, was bereits geschehen ist. Glaube baut also auf dem auf, was geschehen ist in der Vergangenheit und holt es ins Jetzt, in das heutige Leben, in dem wir jetzt sind. Glaube können wir somit vergleichen mit einem Hausbau. Stell dir einmal ein Haus vor. Es wird auf einem Fundament gebaut. Und wir wissen, das Fundament ist Jesus Christus. Es ist das vollbrachte Erlösungswerk in Jesus Christus. Und dieser Glaube ist nun etwas, was genau auf dem aufbaut. 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Der gelegt ist. Es ist geschehen. Jesus Christus. Wir haben verschiedene Präpositionen in Bezug auf Glauben in der Bibel. Aber eine ist auch sehr interessant zu sehen, wo die Bibel das griechische Wort epi benutzt, was heißt auf. Der Glaube auf. Beispiel Römer 10, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der auf ihn glaubt, epi, also auf ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, mit unserem ganzen Sein glauben wir auf das Erlösungswerk, bauen auf, auf diesem Erlösungswerk, welches Jesus am Kreuz bereits für uns vollbracht hat. Ich möchte einige Bibelstellen nun nennen im Zusammenhang von der Vergangenheitsform. Ich lese vor, 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also wenn es um Krankheit geht, du darfst für dich nehmen, ich bin geheilt worden. Das nimmt eine ganz andere Position ein und gibt dir ein anderes Bewusstsein, ein anderes Bild von dir selbst, indem du wegschaust von körperlichen Symptomen und schaust auf das, was Jesus getan hat und durch Glauben holst du es in dein persönliches Leben hinein. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Weitere Bibelstelle, Matthäus, Evangelium, Kapitel 8, Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ein Beispiel aus dem Leben von Abraham, 1. Mose 17, 5. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sagte Gott zu Abraham, sondern Abraham soll dein Name sein, das heißt der Vater einer Menge, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Gott sagt, Gott sagt, ich habe dich zu einem Vater von einer Menge gemacht. Er war es noch nicht, aber bei Gott stand es fest, eine vollbrachte Tatsache, es war in die Vergangenheit hinein formuliert. Abraham hatte noch kein Nachkommen, aber Gott sagte ihm, ich habe dich zum Vater einer Menge von Nationen gemacht. Nächstes Beispiel, Joshua 6, Vers 2. Da sprach der Herr zu Joshua, siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Und dann schickte Gott sie los, dass sie um Jericho ziehen wollen. Wir kennen die Story von den eingefallenen Mauern. Jawohl, aber Gott sagt ihm vorweg, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Vollbrachte Tatsache. Johannes Evangelium Kapitel 13, die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wir wissen, er tat es in einem Bewusstsein von dem, wer er war und was Gott ihm gegeben hatte. Genau formuliert heißt es hier, und Jesus im Bewusstsein, Eido steht dieses Wort hier, er wusste also, er hatte ein Bewusstsein, ein Glauben, ein Sehen von dem, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Abendessen auf legte er seine Opa Kleider ab und wusch seinen Jüngern die Füße. In dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Das war vor Golgatha. Es war, bevor Jesus gestorben ist. Wir wissen, nachdem er gestorben war und auferstanden ist aus den Toten, ist ihm dieser Platz gegeben worden, dieser Stand, der Name, der über alle Namen ist. Hier im Glauben sieht Jesus das schon, dass der Vater ihm alles gegeben hat. Vollbrachte Tatsache. Das heißt, der Glaube, das Bewusstsein von dem, wer er war, war nicht von etwas, was zukünftig noch geschehen würde, im Sinne von, oh, hoffentlich schaffe ich das, an das Kreuz zu gehen, hoffentlich wird alles gut funktionieren. Nein, Jesus sah es. Er sah es, dass er von Gott gestärkt würde, um ans Kreuz zu gehen. Und er nahm es für sich bereits als einen vollbrachten Zustand. Wir sehen es bei Jona. Jona war im Bauch des Fisches. Jona 2, Vers 10. Und dort heißt es, ich aber will die Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist meine Rettung. Jona sagt also, inmitten dieses Bauches, als noch keine Rettung da war, bei dem Herrn ist. Er ist meine Rettung. Dann lesen wir, dass der Herr dem Fisch befahl, dass Jona halt eben ausgespuckt werden sollte und Jona lebte. Im Glauben ergriffen, Lobpreislieder gesungen, gesagt, er ist meine Retter. Es hatte sich hier noch nicht erwiesen, dass Gott der Retter war, aber er sagt, er ist mein Retter und er erlebt es. Gott möchte, dass wir uns die Vergangenheitsform für sein Erlösungswerk aneignen. Dass wir nicht mehr die Dinge in die Zukunft strecken und sagen, okay, ich erwarte, dass eines Tages Gott mir helfen wird, sondern er hat dir geholfen. Er hat Erlösung gebracht. Es gilt dir. Es ist das Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Himmel, Erde werden vergehen. Aber dieses Fundament der Erlösung, es steht für dich. Es ist vollbracht. Du denkst nicht mehr in die Zukunft hinein. Hoffentlich hilft mir Gott, sondern er hat dir geholfen. Seine Hilfe steht da. Wir warten nicht auf Geschenke, die uns eines Tages gegeben werden, sondern uns ist in Jesus Christus alles geschenkt worden. 1. Korinther 1, Vers 5. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. Vergangenheitsform. Es ist, wir sind in allem reich gemacht worden. Es ist das Beispiel von dem, dass wir hinzutreten dürfen. Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen hinzutreten und zulangen. Wir dürfen die Geschenke Gottes uns abholen. Alle Verheißungen, die uns gegeben sind im Wort Gottes, denk darüber nach, studiere sie, inhaliere sie, stell sie dir vor und dann bitte im Glauben, um die Dinge, die du brauchst, sei es im ganz persönlichen Bedarf von Arbeitsstelle, von Wohnungen oder Auskommen. Du bittest im Glauben, glaubst empfangen zu haben und die Bibel sagt, so wird es werden. Es sind die Schatzkammern Gottes, die offen sind durch den Glauben an Jesus Christus. In Matthäus 11, Vers 12 heißt es, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewaltturende reißen es an sich. Gott liebt es, wenn wir als seine Kinder ihm beim Wort nehmen, wenn wir nicht nur warten auf das, was er irgendwie eines Tages tun würde, sondern wenn wir aufstehen, hinzugehen in seine Gegenwart, zugreifen im Glauben und ihm damit alle Ehre geben.